Ich denke mal, wenn man das Trainingsgelände hier sieht, kann man sich nicht beschweren. Es ist in einem Top-Zustand, Plätze sind top, die Sonne scheint und was Besseres kann uns gar nicht passieren. Dass wir in der Woche hier sehr konzentriert und hart arbeiten können, um die Gegebenheiten und Bedingungen zu schaffen, um in der Rückrunde dann nochmal anzugreifen. Wir haben heute Morgen schon sehr gut gearbeitet und heute Mittag war erst im Krafttraum, dann sind wir nochmal raus. Wir hatten erst ein bisschen Spaß bei den Abschlüssen und dann natürlich noch die Läufe am Ende. Man merkt natürlich, dass hier schon intensiv gearbeitet wird. Wir wissen alle, was auf dem Spiel steht, was wir in der Rückrunde abliefern müssen, um irgendwie noch in der Chance zu sein, wieder einen Wunder zu schaffen. Und das ist ja gut, dass jeder brennt, dass jeder will, dass jeder sich zeigt und das wollen wir auch hier. Heute hat der Trainer uns auch vorgegeben, dass wir voll konzentriert dabei sein müssen, hart arbeiten müssen. Und wenn die Trainingseinheiten so weitergehen wie heute, dann bin ich auch guter Dinge, dass es in der Rückrunde für uns gut laufen kann.